Und dann hab ich dann auch für heute Feierabend mit Let's Playen. Mit WoW noch lange nicht, hab heute Abend noch ein Pflicht-Wait vor mir. Service mit einem Lächeln, das ist mein Motto. Ja, besonders bei einer Vorgin. Unser Service ist unschlagbar. Für die Allianz. Wenn mich eine Vorgin anlächeln würde, um mir was zu verkaufen, würde ich Angst kriegen. So, aber 25% vom Level haben wir auch schon wieder. Mal schauen, wenn das derart schnell weitergeht, dann kriegen wir sogar noch das Level ab. Finde Tener Sonnenhieb, sprech mit in den Pestlern. Und da unten haben wir auch noch eine Quest. Wo? Wo denn? Ach, da im Loch. Feldflicken von Dämmerschwinge. Äh, die ist da auf der anderen Straßenseite. Fangen wir damit an. Achso. Dämmerschwinge muss wohl relativ hoch fliegen. Man muss sie mit der... Sie? Sie? Fledermaus? Gargoyle? Irgendwie weiters? Ne, ist ne Fledermaus. So. Und wieso kann ich nicht angreifen? Ah, scheiß dann. Scheiß, äh, betäuben. Äh, ne, wie heißt das? Silenzen. Und ein Beutel. Boah, wir haben ja so viele Beutel im Inventor. Haben wir die nicht geleert? Scheinbar nicht. Na, dann mal zurück zu dem Typen. Und wieder eine Quest fertig. Und... Oh, das gibt wahrscheinlich wieder so 5% fürs Level ab. Ne, ja, und schon haben wir Aggro. Was haben wir hier? Stoff. Schultern. Kette. Leder. Leder. Nehmen wir das und machen das wieder Platz. Ja. Hallo. Ach ja, falsches Target. Ja, dann kann ich auch angreifen. Und wieder ein Beutel. Wieder eine Chance und wieder nicht dabei. So, wo fangen wir jetzt an bei der Quest, die am nächsten ist? Jetzt sind wir übrigens schon über 30%. 100% wird ein bisschen knapp. Aber ich sag mal, man wird wohl gut an die 90 drankommen. Was mir auch noch einfällt, das ist... Wir nehmen den hier auf jeden Fall auch noch mit. Das ist hier einfach die Karawane vollständig abschließen. Da fehlt uns noch Basel, Klemmschlüssel. Ah, die Ecke finde ich auch immer schön. Mit diesen dampfenden Riesenpilzen. Die Pestwälder haben für mich was ruhiges und entspannendes. Und natürlich sind sie vollgestopft mit Monstern. Ja, und jedes Monster, was man killt, befreit man hier eine Seele. So, jetzt laufen wir mal ein bisschen hier nicht gleich in die ganzen Viecher rein. So, hier vorne müsste jetzt so ein kleiner Stand sein. Ja, da sind sie schon. Hier kriegt man jetzt wirklich genügend Quests. So, die zwei Eliten, oder vielmehr die zwei Names, Eliten gibt es ja nicht mehr, befinden sich hier in diesen Dingern drin, wie man auch auf der Karte unschwer erkennen kann. Das machen wir gleich mal am Anfang. Oh, und da war auch gleich noch ein Quest-Item dabei. Umso schöner. So, hier gibt es dann auch schon die Schädel. Das geht hier alles richtig zügig eigentlich. Da ist so ein Kadaver, so ein stinkender Golem, oder wie heißt er? Überladener Golem. Ja, wieso rutsche ich eigentlich immer auf dieses Pad drauf? So. Und verbrennen. Haben wir davon auch schon den ersten. Oh, ich würde sagen, wir sammeln jetzt erstmal wieder so ein bisschen. Bewegen uns jetzt in die Richtung, weil da vorne ist dann auch gleich die zweite Station. Also der zweite von diesen großen Named-Mobs. Ah! Oh, und die Viecher hier haben einiges an Leben, aber so sehen sie ja auch aus. Sind ja nicht so kleine, schmächtige Viecher. Sind ja richtig gewaltige Hühnen hier. Geister von Daroma befreit. Ach ja, stimmt, dafür müssen wir Ghule töten. Was allgemein auffällt, die Mob-Dichte hat abgenommen hier in Mr. Upcutter, Sidecutter. Früher hat man hier wirklich an jeder Ecke einen Haufen Monster gehabt. Also wenn ich sage einen Haufen, dann meine ich auch einen Haufen. Du konntest dich hier nicht frei bewegen, ohne nicht eine ganze Gruppe von fünf Mob zu pullen. Na gut, jetzt ist das Ganze hier etwas Einzelspieler-freundlicher geworden. Ah, das nervt. Gerade als Caster nervt das. Oh, das war der dritte davon. Ach ja. Wir sind noch keinem einzigen Ghul begegnet. So, wieder einer weg. Hälfte haben wir. So. Wah. Todesgriff. Oh ja, aus dem Tod und Verfall sollte ich auf jeden Fall rausgehen. Das ist hier so ein richtig typischer Todesritter, kann man sagen. So, damit haben wir die beiden geschafft. Da vorne ist so ein Ghul. Das ist dann unser erster. Ja. Damit haben wir auch den ersten befreit. Muss ich jetzt noch mit denen reden? Ja. Ich wusste auch, da war was. Man muss mit ihnen reden. Geister mögen sowas. So, der fünfte. Da können wir wieder einen Knochen, also einen Skelettschädel holen. Die Dinger halten gar nichts aus. Ich bewege mich jetzt extra so ein bisschen in die Richtung hier. Dass wir quasi den zweiten Questpoint auch noch mitnehmen, weil ich glaube, die überschneiden sich hier auch so ein bisschen. Dann können wir sie beide machen direkt. Ein bisschen länger als maximal müssen wir eh questen, weil ansonsten kommen wir mit Fiona und ihrer Karawane nicht aus. Und wir wollen ja das Achievement einfach mal just for fun mitnehmen. Und vielleicht doch noch Level 49 abgreifen. Okay. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.